Also du musst auch dahinter stehen, du musst sagen, da habe ich Bock drauf, da gehe ich auch leidenschaftlich ran. Jeden Tag stehe auf und sage, okay, das ziehe ich jetzt wirklich mal ein paar Monate durch. Wenn sich in dir schon alles dagegen sträubt, dann ist die Methode sehr schnell auch zu der Verdammnis verurteilt. So verdienst du 10.000 Euro im Monat als Coach oder Berater. Ja, du hast dich wahrscheinlich vor kurzem selbstständig gemacht oder bist auch schon länger selbstständig und hast immer noch nicht die magische Grenze von 10.000 Euro Monatsumsatz erreicht. Ja, du siehst vielleicht viele andere, du siehst viele Business-Gurus, die dir erzählen, die 10.000 müssen es schon sein. Und ganz ehrlich, da ist viel Wahres dran, denn wenn du keine 10.000 Euro im Monat verdienst als Selbstständiger, ja, dann stehst du oftmals einfach deutlich schlechter da als jemand, der noch angestellt ist. Also wollen wir in diesem Video zusammen einen klaren Fahrplan für dich ausarbeiten, welche vier Schritte du brauchst, um 10.000 Euro und sogar auch mehr im Monat zu verdienen als Coach oder Berater. Und wir starten auch gleich rein mit dem ersten Punkt und Punkt 1 und keine Sorge, wir kratzen hier nicht an der Oberfläche, sondern wir gehen jetzt wirklich mal zusammen in die Tiefe, dass du es direkt nach diesem Video auch umsetzen kannst und alles verstanden hast. Also Punkt 1, das ist die Positionierung und dein Angebot, denn ohne gutes Angebot wird niemand bei dir kaufen. Ja, du kannst noch so ein guter Verkäufer oder Verkäuferin sein, wenn dein Angebot nicht stimmt, wenn dein Angebot nicht attraktiv ist und deine Zielgruppe nicht sagt, das muss ich buchen, dann hast du es immer schwer im Verkauf und dann musst du mit Druck verkaufen und das ist unangenehm und das möchtest du in der Regel auch nicht. Also Punkt 1, Positionierung, Angebot. Was bedeutet das jetzt? Wie erschaffst du so ein magisches Angebot, was jeder haben will, ohne dass du groß verkaufen musst? Und ein ganz wesentlicher Punkt, den viele falsch machen, ist, dass du in eine Nische reingehen solltest und in eine Positionierung reingehen solltest, in der du viel Konkurrenz hast. So, oftmals denkt man sich ja, okay, ich will möglichst wenig Konkurrenz haben und ich versuche mich bestmöglich abzugrenzen, dass ich ein ganz spezielles, spezifisches Nischenproblem vielleicht löse oder Nischenprodukt habe, wo es keine Konkurrenz gibt. Das ist aber oftmals ein fataler Fehler. Warum? Denn wenn deine Positionierung und wenn dein Angebot viel Konkurrenz hat, dann zeigt das nur eins und zwar, dass es dort einen großen Markt gibt und dass es viel Bedarf gibt für dieses Angebot. Das macht dir das Leben unglaublich leicht, weil du schon vorher weißt, dass es eine Zielgruppe gibt, die tendenziell kaufkräftig ist. Ansonsten hätten sich ja gar nicht so viele Leute in dieser Positionierung, ja, letztendlich positionieren können. Wenn du jetzt sagst, oh, da habe ich aber viel Konkurrenz und das fällt mir vielleicht schwer und da habe ich, ja, auch einen gewissen Druck, denn ich muss ja besser sein als meine Konkurrenz. Ansonsten buchen die Leute woanders. Und genau das ist auch das Thema. Du musst besser sein und das muss auch deine Einstellung sein. Ich bin besser als die Konkurrenz in diesem Markt, weil ich habe mehr Expertise, ich habe bessere Skills und ich kann meine Zielgruppe einfach viel besser persönlich abholen. Wenn du dir das jetzt nicht zutraust und wenn du sagst, okay, das klingt schon nicht ganz so schön, ja, so viel Konkurrenz zu haben, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst dir externe Hilfe, also du suchst dir einen starken Partner, der dich genau dabei stützt, unterstützt und stärkt in deiner Positionierung und deine Fähigkeiten wirklich an den Mann und an die Frau zu bringen. Oder du musst wirklich zurückgehen ins Angestelltenverhältnis, denn Unternehmertum zeichnet eben aus, dass du mit Konkurrenz klarkommen musst, dass du auch mit Druck klarkommen musst. Und der einfache Weg, der hat in aller Regel noch niemals erfolgreicher Selbstständige produziert. Also Punkt 1, Positionierung und Angebot. Schau, dass dein Angebot marktfähig ist, dass du viel Konkurrenz hast und dass du in eine Nische reinstößt, in der schon viel Bedarf und einen großen Markt gibt. Punkt 2, wenn du dein Angebot und deine Positionierung jetzt hast, das ist die Lead-Generierung. Denn ein Angebot alleine, ja, das ist schön und gut, aber irgendwie müssen die Menschen ja auf dich aufmerksam werden. Und das schaffst du durch Lead-Generation. Ja, das ist jetzt erstmal ein abstrakter Begriff. Was bedeutet das? Nichts anderes als Interessentengewinn. Also wir wollen jetzt verschiedene Methoden nutzen, um Interessenten für dein Coaching und deine Beratung zu gewinnen. Die sagen, das klingt erstmal grundsätzlich spannend. Ich habe da ein Problem. Ich habe einen Wunsch. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. So, und da haben wir jetzt verschiedene Marketing-Methoden im Marketing-Mix. Das sind bezahlte Werbeanzeigen, das sind vielleicht PR-Artikel, das ist SEO, das sind Blog-Artikel, das ist klassische Kaltakquise, Door-to-Door, Social Media, Outreaches, Content-Marketing und so weiter und so weiter. Ja, und du musst natürlich eine Methode finden. Da gibt es jetzt kein pauschales Rezept, das man jetzt gleich jedem Coach und Berater so geben kann. Und auf einmal funktioniert es, denn letztendlich muss es auch zu dir passen. Also du musst auch dahinter stehen. Du musst sagen, da habe ich Bock drauf, da gehe ich auch leidenschaftlich ran, jeden Tag stehe auf und sage, okay, das ziehe ich jetzt wirklich mal ein paar Monate durch. Wenn sich in dir schon alles dagegen sträubt, dann ist die Methode sehr schnell auch zu der Verdammnis verurteilt. Was man natürlich aber trotzdem pauschal sagen kann, dass es einige Methoden gibt, die für Anfänger nicht besonders gut geeignet sind. Und das ist zum Beispiel bezahlte Werbung. Für bezahlte Werbung, wie der Name schon sagt, brauchst du erstmal viel Geld. Du willst jetzt gerade deine ersten 10.000 Euro im Monat verdienen, dann wird schwer, 10.000 Euro Werbebudget aufzubringen. Und das solltest du aber haben, wenn du mit bezahlter Werbung arbeitest. Der Coaching- und Beratungsmarkt, der ist sehr, sehr kompetitiv geworden. Es gibt immer mehr Coaches und Berater, die sich online ein Business aufbauen wollen und aufbauen. Dementsprechend gibt es viele Werbetreibende und das ist ein Konkurrenzgeschäft. Das heißt, der Höchstbietende, der wird am meisten ausgespielt bei seiner Zielgruppe. Wenn du nicht viel Geld zu bieten hast, dann wirst du schwer haben. Also kann man dennoch schon feststellen, dass du eine Lead-Generation-Methode brauchst, die unabhängig von deinen finanziellen Mitteln funktioniert. Und da bleibt dann sehr häufig am Ende des Tages Social Media übrig, weil das mittlerweile der charmanteste Weg ist, wo du nicht irgendwie jetzt in deiner Nachbarschaft auf einmal klingeln musst oder deine Freunde und Bekannten anschreiben musst und denen dann von deinem Business gleich erzählen musst. Das muss nicht sein. Da gibt es mittlerweile schönere Lösungen, wie man auch teilweise, ja, ohne sich groß zu zeigen, auf Social Media wirklich planbar Interessenten und Leads gewinnen kann für sein Coaching. Kommen wir zu Punkt 3. Jetzt hast du nämlich Interessenten und dann musst du natürlich auch verkaufen. Denn nur weil du viele Interessenten hast und ein schönes Angebot, sagt jetzt nicht gleich jeder, 3.000 bis 10.000 Euro, wo kann ich den Vertrag unterschreiben? Sondern da ist ja dennoch nochmal eine gewisse Hürde da. Es braucht ein starkes Vertrauensverhältnis zu dir als Coach und Berater. Ich muss dir die Kompetenz abkaufen. Ich muss es dir zutrauen. Ich muss ein gewisses Sympathie-Level zu dir haben, damit ich wirklich sage, ich will mit dir auch teilweise, ja, sechs bis zwölf Monate zusammenarbeiten in so einem Coaching. Und dafür musst du einfach richtig gut sein im Verkaufen. Und Verkaufen ist wie ein Handwerk, was man lernen kann. Du musst nicht der Wolf of Wall Street sein, der mit einem Verkaufstalent vielleicht geboren wurde oder der mega charismatische Verkäufer ist, der jetzt gleich extrovertiert alle Leute anspricht auf der Straße. Es kann man lernen, das Ganze. Wir nennen das Holistic Neuro Selling bei uns. Das ist eine Methode, die man erlernen kann und die funktioniert ohne Druck, wie du wirklich deine Interessenten mit einer Art Sogwirkung zu zahlenden Kunden verwandeln kannst. Und hier geht es einfach um Verkaufen. Da findest du auch sehr, sehr viel kostenlosen Inhalt schon auf unserem YouTube-Kanal dazu. Das ist Step 3. Also verkaufe deine Beratung, dein Coaching an die Interessenten, die du gewonnen hast. Ja, und der letzte und der vierte Punkt, wenn du all das jetzt gemeistert hast, das sind smarte Prozesse. Denn wenn du jeden Tag 16, 18 Stunden vorm Bildschirm hängst und hustlst und jeden Tag Vollgas gibst, dann mag das vielleicht für ein paar Wochen gut gehen und vielleicht hast du damit auch Erfolge. Aber wir wollen ja eine Methode, mit der du planbar und nachhaltig diese 10.000 Euro verdienst und kein One-Hit-Wonder bist, was das einen Monat schafft und danach ausgelaugt, ausgebrannt bist und dann ewig brauchst, um wieder auf das gleiche Level zu kommen. Und da helfen dir smarte, digitale Prozesse. Was bedeutet das jetzt konkret? Denn das ist ja immer ein relativ abstrakter Begriff. Smarte, digitale Prozesse bedeutet, dass du all das, was du jeden Tag händisch machst und wo du Daten verwendest, zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel, was wir uns immer wieder anschauen mit unseren Kunden, das sind deine Leads. Wir hatten vorher das Thema Lead Generation und Interessenten, potenzielle Kunden, die du akquirierst sozusagen, die auf dich aufmerksam werden. Was passiert jetzt mit denen? Hast du die alle in WhatsApp? Hast du die alle auf einem Blatt Papier aufgeschrieben oder auf einem Whiteboard? Damit lässt sich schwer arbeiten, denn der Großteil des Geldes von dir als Coach liegt in Nachfassen, in Follow-ups, sich immer wieder melden bei seinen Interessenten und dranbleiben und auch bei seinen Bestandskunden dranbleiben. Und dafür brauchst du ein System. Ja, und da gibt es gute, kostenlose Systeme, mit denen man arbeiten kann als Coach und Berater. Da brauchst du kein fancy CRM-System für Konzerne wie HubSpot oder Close. Da gibt es ganz, ganz simple Tools und Wege, wie du teils halbautomatisiert deine Leads in einer guten Übersicht behalten kannst, automatisiert Follow-upen kannst und so weiter. Also im letzten Punkt, um diese 10.000 Euro zu verdienen, empfehle ich dir, smarte Prozesse zu haben, um dir einfach Zeit zu sparen und dich aufs Wesentliche zu fokussieren. Das sind zwei Dinge und zwar neue Kunden gewinnen, sprich holistisch zu verkaufen und deine Kunden, die du dann hast, wirklich erfolgreich zu machen, denn auch das spart dir natürlich viel Zeit und nerven, wenn deine Kunden sagen, okay, das erste Paket bei dir, das war so gut, ich verlängere jetzt einfach nochmal und buche nochmal sechs Monate. Also kommen wir zu Conclusio. Was kannst du für dich mitnehmen, um als Coach und Berater 10.000 Euro und mehr im Monat zu verdienen? Das ist Punkt 1. Du brauchst eine Positionierung und ein Angebot, das attraktiv ist, wo du einen kompetitiven Markt hast, wo du viel Konkurrenz hast, damit du weißt, dass es auch eine große Nachfrage gibt und dann muss deine Ambition sein, einfach besser zu werden als diese Konkurrenz. Dann brauchst du Lead Generation. Du brauchst eine Methode, mit der du planbar und nachhaltig jede Woche eine gewisse Anzahl von Interessenten gewinnst und das Ganze nicht dem Zufall überlässt. Dann brauchst du ein holistisches Verkaufssystem, mit dem du diese Interessenten dann in zahlende Kunden verwandelst und du musst das Handwerk des Verkaufens wirklich erlernen. Du darfst dich auch nicht davor sträumen und sagen, Verkaufen ist was Böses, sondern du musst wirklich verstehen, Verkaufen ist der freundliche Akt, anderen Menschen zu helfen. Deine Aufgabe als Coach ist es, Menschen zu helfen, also lerne Verkaufen. Und in Step 4 brauchst du dann smarte Prozesse, um dir einfach Zeit zu sparen, Nerven zu sparen und dich aufs Wesentliche zu fokussieren und zwar neue Kunden gewinnen und Kunden erfolgreich machen. Ja und wenn du jetzt sagst, das ist mir alles immer noch so ein bisschen zu kompliziert oder ich brauche einfach einen starken Partner an meiner Seite, der mir genau das aufzeigt und mir dabei hilft, das in der Praxis zu implementieren und der mir vielleicht auch mal einen Arschtritt gibt, wenn ich dann die Motivation verliere oder wenn ich den Fokus verliere, dann melde dich sehr gerne. Genau dafür sind wir da. Da haben wir mittlerweile die letzten Jahre hunderte Coaches und Berater erfolgreich begleitet. Du findest mittlerweile mehr als 50 Video-Testimonials und Kundenstimmen auf unserer Website. Also trag dich hier unter dem Video ein. Wir haben das für dich verlinkt. Da kannst du dich unverbindlich melden für eine kostenlose Potenzialanalyse. Wir werden uns genau das mit dir anschauen und komplett unverbindlich mit dir einen Fahrplan erarbeiten, wie auch du 10.000 Euro im Monat verdienen kannst als Coach. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mehr kostenlosen Mehrwert haben zu diesem Video oder zu diesen Themen als Coach und Berater, ich möchte lernen, wie das alles funktioniert, wie Marketing funktioniert, wie Reichweitenaufbau funktioniert und wie Verkaufen funktioniert, dann lass diesem Video erstmal ein Like da, damit wir sehen, dass es auch wirklich spannend für dich ist und dass es viele Leute gibt, die diese Themen interessieren. Schreib auch einen Kommentar, auf welchem Weg du aktuell bist, ob du die 10.000 Euro schon erreicht hast und vor allem, wo du gerade deine größten Struggles noch siehst, also welche Themen dich auch hier auf YouTube natürlich interessieren würden, damit wir dazu mehr Videos machen können. Und dann stell natürlich auch sicher, dass du den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst, damit du keinen Mehrwert mehr verpasst rund um dieses Thema. Und ja, immer up-to-date bleibst, wenn es wieder Neuigkeiten von uns gibt, wie du einfach noch schneller, planbarer und nachhaltiger in deinem Business wachsen kannst. Also, ich freue mich, dich bald wiederzusehen im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen im nächsten Video.